das war schmerzhaft aber immerhin wurde gerade eben zur staub verwandelt ja ihr habt beim bruch gestohlen jetzt hat er einen verfluchten zauber bei sich in einen schutz vorbild gegen kälte auch toll ja nichts leichter als gut das heißt du gehst jetzt mal wieder hier entlang jetzt warten wir kurz bis die falle genau enttarnt wird dann gehen wir wieder hier rein so werden jetzt alle drei fallen enttarnt bitte ja viel besser so das müssten jetzt alle fallen gewesen sein bis auf die falle am grab selber die art wie sich diese gruppe entwickelt gefällt mir nicht da ist ein leitfaden drin und etwas schmuck gibt ihm mal an dünner hier dann kann ich den gleich mal identifizieren leitfaden der einsicht ein typischer leitfaden der einsicht erhält eine nüchterne ja trockene analyse von rechtsstreitigkeiten bla 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 das ist der wissensleitfaden was denn ich verschwinde jetzt das ist schon mal der erste wichtige leitfaden so dein inventar ist voll schutzformel gegen säure so feuer schutzring du gehst jetzt mal da lang was wollt ihr unter meiner unter meiner lisa kommt am besten auch mal mit die kann ja was schleppen und kann den hier schon mal lesen den kennen wir ja schon den weisheit dauerhaft erhöht und das hat uns sogar jetzt endlich einen sauber slot wo sogar auf stufe 4 gebracht ja jetzt haben wir weisheit von 19 also sie jetzt über der standard weisheit drüber ist ja schon mal sehr gut so vorsichtig an den nächsten raum rantasten feuerschutzring du könntest den feuerschutz also du hast ja schon ein ring der freiheit mist ja das war ich beinahe unter meiner würde mich kümmern ich habe die nächste falle und du kannst ruhig wieder deinen du gibst das da auch mal ab ich weiß gerade gleich was trägst du so schweres so bitte nach fallen suchen okay nur das grab hatte fande schutzformeln und tränke unsichtbarkeitstrang brauchen wir nicht das ist eine schutzformel gegen magie das ist immer gut so eine zu haben es bist auch du überladen talisa deswegen gehen wir mal kurz zurück und geben ein paar sachen an kalit ab vollschutzring an jahriera so jahriera kann auch die beiden haben speedtränke hast du bei dir gelagert genau die umverwundbarkeitstränke hast du und den helden trank die kriegst du mal so dann haben wir noch den gang hier drüben die wir noch folgen müssen können sollten so der hat eine abzweigung hier müssen wir auch wieder gut aufpassen soweit ich weiß sind hier fallen ja nichts leichter als das fallen die auf jeden fall ouch machen ouch machen ich habe eigentlich aber gedacht die wären erst nicht nach dem mauer einbruch hier doch sie sind doch davor ja gut ja viele fallen ich glaube nach dem mauer einbruch sind auch noch mal welche und übrigens wird der gang in eine sackgasse okay nein hier sind keine mehr das wollte gut dann geht ihr beide mal aus dem weg wird immerhin wieder vorgeht ich kümmert es denn ich verschwinde jetzt naja hier ist die noch noch eine abzweigung und ja wir mittlerweile haben wir nichts dagegen nachdem urland so und also ziegig zu uns und zwar dass wir einfach uns hier unten mal bedienen wow das war jetzt knapp hier scheint es weiter zu gehen ah hier war eine falle genau diese gruppe ist außerordentlich viel versprechen so ist hier eine falle im eingang scheint nicht der fall zu sein aber hier am sarg ist auf jeden fall wieder eine falle was wollt ihr was wollt ihr na komm du wirst die falle ja noch wohl entdecken oder immerhin immerhin hast du fallen entschärfen ja auf für 90 prozent hier lang könntest du einen wahrnehmungstrank trinken normalerweise müsstest du die falle entdecken die hier dran ist ich weiß nämlich dass da eine falle ist diese gruppe ist außerordentlich viel versprechen kann doch nicht sein dass da keine falle ist da ist tatsächlich keine falle der sag ist auch leer beinahe unter meiner würde lalala das heißt wir haben noch die eingangier okay hier war ein lehrersack quicksave okay nochmal da hoch latschen ja dieser teil des dungeons ist auf jeden fall etwas zeitraum wegen dem fallen ich glaube der nächste teil ist etwas angenehmer weil es da nicht so viele fallen gibt man kann es ja mal versuchen vor allem auch der teil hier oben was wollt ihr denn ich verschwinde jetzt hier sind soweit ich weiß nämlich ein paar untermieter zu hause genau solche untermieter hier ich bin wirklich nicht das können sich die drei nämlich auch mal nützlich machen für die gruppe hier braucht wenn niemand besser geeignet ist so gut wie erledigt soll kann ich das jetzt auch voll minsk ist voll so viele orte an denen ich jetzt lieber wäre okay dann gehen wir jetzt mal um die ecke hier ihr habt ja und ja ich hätte die ganzen schrift rollen nicht einsacken sollen die ich jetzt dabei einfach truff minsk einfach truff was wollt ihr ich habe genug davon so ich hoffe okay hier ist eine phasenspinne aber gegen eine phasenspinne sollten wir ankommen nichts leichter als das ihr habt eine aufgabe wenn niemand besser geeignet ist jahira jammert wieder weil sie keine festungen mag so klopfen wir die mal windelweich eure dienerin steht so gut wie es für die schriftrolle hat der flammenhände die hat wahrscheinlich keiner bei sich doch kann ich hat eine rolle von denen ja was wollt ihr beinahe unter meiner würde ok noch eine phasenspinne noch mehr phasen und ein netz noch mehr phasen spielen ok zurück hat talisa so einen ring der freiheit an ok die phasen spielen hat panik ich wäre dir sehr dankbar das war knapp ja das war haarscharf hier braucht meine hilfe man kann es ja mal versuchen so was wollt ihr seiner unter meiner würde ok jetzt haben die da entdeckt eine ganze menge das könnte gefährlich sein hier die können da oben die kule verkloppen oder düster schrecken es gibt nämlich auch erfahrung für unsere anderen gruppenmitglieder hoffe ich mal ja scheint so was wollt denn ich verschwinde jetzt ja nichts leichter als das ok und das scheint das größte ist nicht wichtig ist einfach gegrabt zu sein hier ist einfach zucellen irrer was wollt ihr zucellen irrer und dieiguous